Hey, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin zurück. Der Urlaub ist vorbei. Die Arbeit beginnt wieder. Ich werde heute direkt anfangen. Die knallharte Arbeit. So viel ist liegen geblieben. Wir fangen direkt an. Los! Ey, Leute. Ich muss letztens wieder dran denken. Wenn ihr noch nicht gefrühstückt habt und euch sagt, Leute, heute ist Freitag. Heute ist Pen & Paper Tag. Heute soll ein richtig besonderer Tag werden. Ich lasse es mir heute mal richtig gut geben. Ich will heute mal so ein richtiges Maurice Ravel Frühstück. So nennt man übrigens sehr ausladende und sehr luxuriöse ausladende Frühstücke. Ich finde das immer großartig, weil ich finde es fantastisch, dass ein Mensch so für seine fucking riesigen Frühstücke bekannt war, dass die danach benannt wurden. Falls ihr sagt, heute ist mal so ein Maurice Ravel Frühstückstag, dann geht mal schön einkaufen, holt euch Brötchen, Brötchen aufschneiden, schön Butter. Mindestens ein halber Zentimeter Butter. Und dann schmiert da einfach mal ein Kinderpingui drauf. Ja. Dankt mir heute Abend, wenn ihr mit Bauchschmerzen in der Intensivstation liegt, einfach mal ein schönes Butterbrot und ein Kinderpingui drauf schmieren. Und das ist ein Freitagsfrühstück. Ihr wollt nichts anderes mehr. Probiert es einfach mal aus. Falls ihr ratlos seid. Ich bin oft ratlos. Ich stehe oft im Supermarkt und habe keinen Plan, was ich essen soll. Und laufe so durch die Gänge orientierungslos, gucke mir die Gürkchen an, gucke mir so diese Zubereitung, so diese Maggi-Rezept-Gewürzdinger an. Was könnte ich da kochen? Übe für alles zu faul. Und dann laufe ich und dann drehe ich mich und am Ende wird es halt dann irgendwie doch wieder irgendein Schwachsinn. Aber probiert es mal aus. Probiert es mal aus. Für die ganz knallharten geht natürlich auch eine Milchschnitte. Kinder, Maxi-King würde ich vermeiden. Aber Kinderpingui ist perfekt für sowas. Absolut perfekt für sowas. Vielen Dank für den Tipp, Kinderpingui als Brötchenaufstrich zu verwenden. Hat mein Aufstrichleben komplett geändert an Gaumengenuss. Absolut. Haut mal schönes Kinderpingui. Schönen halben Zentimeter Butter und dann schönen Kinderpingui obendrauf. Experten, Konnoisseure probieren das Ganze natürlich auch mit einem Maxi-King oder einer Milchschnitte oder eine Kombination aus dreien. Ja, diese klassische, die Pizza Quattro Formaggi für den kleinen Mann. Einfach ein schönes Krustenbrötchen aufschneiden, Butter drauf und dann Kinderbueno, Kinderpingui, Kinder Maxi-King und Milchschnitte einfach in vier Partitionen einfach draufschmieren. Das ist die Pizza Quattro Stationi für den Frühstück. Das ist einfach herrlich. Da weiß man einfach, das ist ein guter Stall in den Tagen. Aber es ist auf jeden Fall ein nahrhaftes Frühstück. Drei Tafeln weiße Schokolade. Auch da kann man Sandwiches machen. Du kannst einfach, im Grunde, wenn du einfach eine Tafel Schokolade isst, dann ist es irgendwie ungesund. Ja, Snack irgendwie darf man nicht. Süßzeug. Mach einfach ein Brot draus. Leg einfach eine Tafel Schokolade schön auf das Stück Brot. Und dann hast du irgendeine dänische Spezialität oder sowas, wo man so diese ganzen dünnen Schokodinger drauflegt. Perfekt. Passt eigentlich. Im Grunde, man muss es einfach immer nur anders framen. Das ist die ganze Kunst. Das ganze Kunst des Lebens ist es anders zu framen. Gestern Abend, muss ich ganz ehrlich wieder sagen, einer wieder dieser Momente, wo ich ein intensives Gespräch mit meinem Bauchnabel hatte. Es kommt nicht oft vor. Wir haben kaum noch Kontakt, ehrlich gesagt, seit dem Vorfall. Sprich der Geburt. Und deswegen haben wir eigentlich wenig Kontakt mittlerweile. Und haben uns wenig zu sagen. Man lebt so nebenher. Man macht so sein Ding. Jeder macht so sein Ding. Irgendwie, ich mach mein Ding hier irgendwie. Versuche hier halt irgendwie so ein bisschen die Welt zu verbessern. Ja klar, irgendwie ein bisschen meine Message in die Welt zu schießen irgendwie. Und er, ja, macht halt so sein Ding. Keine Ahnung. Wie gesagt, mir ist das auch egal. Der soll machen, was er will. Ab und zu geraten wir aneinander. Aber das immer seltener eigentlich. Aber gestern war wieder, hatte ich ein intensives Gespräch mit ihm. Hab mich hingesetzt und hab gesagt, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Und manchmal hat man es ja so, diesen Moment, wenn der Bauchnabel einfach so ein bisschen unangenehm riecht. Und man sich denkt so, ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, was gerade da stattfindet. Was da passiert, wer da wohnt, was da ist. Was genau da jetzt das Problem ist. Wie es da weiter geht. Dann fröbelt man da so ein bisschen rum. Und dann hat man so ein ganz komisches, eigenartiges Gefühl. Das ist wie so, als hätte man so an so einen Punkt gedrückt, wo man nicht hindrücken darf. Das ist so, wie wenn jemand so in deine Organe greift. Als wäre das gar nicht vorgesehen. Als gäbe es so ein Register von möglichen Gefühlen im Gehirn. Und dann sagt er also, ja, okay, Wut, ja, sexuelle Erregung, haben wir alles da, haben wir da, zack, 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 Karteikarten. Und dann plötzlich so Input, Input, Bauchnabel und die scheiße, 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 scheiße. Und hauen irgendwas raus. Das ist so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Deswegen, glaube ich, ist auch dieses Alien, ich bin von Alien infiziert durch Bauchnabel. Oft so bei Matrix oder so, ist das ja so. Da gehen die durch den Bauchnabel rein, einfach weil sich das am alienhaftesten anfühlt irgendwie. Und es ist ganz merkwürdig, hol da auch immer schön die Fussel raus. Ehrlich gesagt, kein Plan, wo die herkommen. Aber, ja, ganz, ganz, ich hatte auch mal das Erlebnis, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mein Bauchnabel hat geblutet. Es blutet auch aus meinem Bauchnabel raus. Und ich dachte mir so, okay, das war's. Schönes Leben gehabt, irgendwie zweimal fast einen Grimmelpreis gewonnen, irgendwie einmal auf dem Comedypreis gewesen am Buffet. Okay, das war's. Das war's. Dann bin ich, ähm, bin ich durch. Hab ich erledigt. Und, ähm, ja, ich hab die Star-Wars-Reihe abgeschlossen gesehen. Ähm, passt eigentlich. Und, äh, ganz merkwürdig. Und man denkt sich dann einfach so, okay, jetzt wurde ich infiziert. Weil, man denkt sich ja immer so, wenn man so Leute hört, die von UFOs reden und so Aliens und sowas und so. Dann denkt man sich, ja, komm, was sind das für Idioten? Ähm, aber man denkt sich dann selber so, was müsste passieren, dass ich selber an diesen Punkt komme? Weil wir sind ja alle Menschen, wir sind ja alle ähnlich. Und ich glaube, jeder Mensch kann potenziell alles werden. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder zu so einem weirdo Verschwörungstheoretiker werden kann. Und dann denkt sich immer, was muss passieren, dass man da hinkommt? Und wenn du einfach oft genug mit einem weirden Gefühl im Bauchnabel aufwachst und, äh, du plötzlich andere Gedanken hast und dir plötzlich alle anderen angucken und du denkst, hat der Schuppen im Gesicht? Sind das Schuppen und so? Und dann, glaube ich, kommt man da schon langfristig ran. Aber, ähm, ja, tut mir leid für alle im Chat, den ich jetzt gerade das Frühstück, äh, versemmelt hab. Aber, äh, kann ja auch ein, ein Hort der, der erotischen Freuden sein, der Bauchnabel. Aber bei mir, ich hab, ich hab noch nicht so, äh, konkret den, den Kontakt dazu erlangt. Ich check auch nicht genau, wo das hinführt und wo das hingeht und was da los ist. Und, ähm, ich bin aber froh, dass wir das mit dieser Nabelschnur, ähm, nicht mehr machen, dass man die so bis zum neunten Lebensjahr, ähm, zusammenhält. Das war eine Scheißidee. Finde ich gut, dass wir das jetzt geändert haben. Ich finde, da sieht man den Fortschritt der Gesellschaft. Finde ich toll. Im Bauchnabel sind doch die meisten Nervenenden des ganzen Körpers. Tut das nicht arschweh, wenn's dort blutet? Die meisten Nervenenden des ganzen Körpers sind im Bauchnabel. Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ähm, keine Ahnung. Ist das nicht irgendwie eher so in den, in den Geschlechtsteilen oder sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ich kenn mich mit Nerven ehrlich gesagt nicht gut aus. Ich weiß nicht, ist das so ne Fantasie, die ihr auch habt? Oder ist das so exklusiv für mich? Immer wenn ich irgendwas bei mir hab, was ich normalerweise nicht bei mir hab, ähm, und wenn ich's am Körper trage, denk ich mir, oh, hoffentlich werd ich heute angeschossen. Hoffentlich werd ich heute angeschossen. Ich werd angeschossen auf der Straße. Einer von Lars-Erik Paulsens Scherken springt aus dem Bus, aus der A4, springt aus dem Bus, äh, will mich erschießen, hat eine Harpune, schießt die Harpune direkt in mich. Ich geh zu Boden, aber dann stellt sich raus, nein, die Harpune steckt in meinen Äpfeln, in den beiden Äpfeln, die ich in meiner Brusttasche getragen habe und ich kann überleben. Und Lars-Erik Paulsens Plan wurde durchkreuzt von der Macht des Apfels. Das ist, das will ich eigentlich, das ist immer das Schönste auch, wenn ich meine, das sind ja eh die coolsten Taschen, oder? Die Innentaschen von irgendwas, das ist eh das allercoolste. Warum hat man die nicht hier zum Beispiel in solchen Sachen? Das ist ja der coolste Move aller Zeiten, hier meine Karte übrigens. Oh, herrlich. Der beste Move aller Zeiten. Der beste Move aller Zeiten, hier irgendwas rauszuholen. Und dann denk ich mir immer, das ist eigentlich ganz gut, hier was zu haben, ähm, damit, wenn du angeschossen wirst. War das nicht sogar bei den napoleonischen Soldaten so, dass die dann irgendwie so, so ihr Zelt oder sowas, warte mal, wie war das denn? Hatten die nicht irgendwie so ihre Zeltplane so, so über den, so wie so eine Scherpe, so über die Brust gespannt, die dann manchmal auch Kugeln aufgehalten hat? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh Gott, da muss ich immer an den armen Frosch denken, ey. Meine Herren, um Gottes willen. Da kommen wirklich ganz, ganz tiefe Erinnerungen hoch. Ich hab ja lange Zeit im Keller gewohnt, in meinem Elternhaus. Und, ähm, das ist interessant, weil sobald man unter der Erde wohnt, hat man plötzlich sehr viel mehr Kontakt zu Tieren. Das ist merkwürdig. Also, es gibt das Erdgeschoss, da hat man quasi, ähm, Medium-Kontakt zu Tieren, so was Haustiere, Katzen, Hunde, ähm, so kleine Bären angeht, so, die kommen dann im Erdgeschoss. Dann hat erstes Geschoss keinerlei Tiere, zweites Geschoss keinerlei Tiere, drittes Geschoss keinerlei Tiere. Ab vier fangen dann die Vögel an. Aber am Keller hat man auch wieder Tierkontakt. Also, das ist eine ganz andere Ökosphäre, in der man da plötzlich drin hängt. Und plötzlich hat man mit Fröschen und Kröten und so einem Quatsch zu tun und Würmern und so einem Kram. Hat man dann plötzlich in seiner Wohnung. Und eines Tages hab ich auch mein Fenster zum Lüften aufgemacht. Da hat das, glaub ich, angefangen, diese Not. Und dann mach ich das Fenster zu. Und in dem Moment, in dem es so ins Schloss fällt, hör ich nur so krrk. Oh Gott, was war das denn? Ist mein Fenster kaputt? Und ich mach das Fenster auf. Und dann saß, leider ganz unglücklich, ein Frosch direkt auf der Kante des Fensters. Der als das Fenster zugeht, einfach sich dachte, ach, das passt schon, oder? Na, das passt schon, das geht schon, das geht sich schon aus. Oder? Tot. Einfach komplett tot. Der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der einfach wirklich, der hatte einen guten Tag bis dahin. Alles gut gemacht. Viele grüne Ampeln irgendwie, viele Fliegen gefunden oder so was. Perfekt, wunderbar. Musste nicht lange auf seine Verabredung warten. Fantastisch. Nur in diesem einen Moment saß er einfach falsch und dachte, diese Ecke sieht gut aus. Ich setze mich da hin und dann war er weg. Ich hab den, vor allem, dann liegt da so ein aufgequollener Frosch bei mir auf der Fensterbank. Den räum ich doch nicht weg. Ich fass das Ding doch nicht an. Das war, das war eine weirde Zeit, als ich mit einer Froschleiche gelebt hab. Ist das nicht sogar so ein Feng Shui-Ding? Feng Shui, eine dieser Dinge, die ich nicht verstehe und nicht aussprechen kann. Muss man da nicht auch einen Frosch in seine Wohnung legen, um besser zu leben? Ich glaub, Feng Shui ist die uralte asiatische Kunst, seine Möbel so hin in den Raum zu stellen, dass irgendwie Energie richtig fliegen können. Warte mal, ich glaub, wie schreibt man das dann? Feng Shui-Frosch? Ja, ja, ja. Guck mal, da kommt schon ein Frosch. Da kommt schon was. Google gibt einem schon mal weiter. Geldfrosch. Mächtiger Glücksbringer im Feng Shui, der Geldfrosch. Der Feng Shui existieren wenige Symbole, welche so reichhaltig und gute Nachrichten wie der Geldfrosch. Feng Shui, Money Frog. Finde ich gut, dass die einfach zu Vermarktungszielen einfach schon mal direkt auch hier gut gebrandet wurden. Der Money Frog, Feng Shui, Money Frog, ist das als Rappername noch zur Verfügung? Falls ihr da draußen ein Rapper seid und vielleicht eine sehr lange Zunge habt oder so, dann nennt euch Money Frog. Glückskröte oder die dreibeinige Kröte. Das Wichtigste dabei ist, ihn so zu platzieren, Achtung, dass der Geldsegen dem jeweiligen Haushalt sicher ist. Die optimale Platzierung. Er soll nicht ganz auf dem Boden stehen und immer zu Hause zerblücken, sodass er den Geldsegen einfangen und danach hinunterschlucken kann. Was der, der nimmt das ganze Geld für sich selbst, oder was der fucking Money Frog? Das ist so ein Mafia-Frosch, der sagt, hey, ich kümmere mich um deinen Geldsegen, aber ich kriege 50% von deinem fucking Geld ab. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Ich war damals 14 Jahre alt. Ich kann mich da kaum erinnern. Moin, Moin-Aussagen gelten vor Gericht nicht. Das haben wir geklärt, okay? Ich habe damit nichts zu tun. Er sollte in der günstigsten Ecke eines Zimmers stehen. Ein Platz, welcher viel Energie besitzt, befindet sich oftmals diagonal gegenüber einer Tür. Ich habe das Gefühl, das ist kompletter Bullshit. Ist aber nur ein Bauchgefühl. Ist nur ein Bauchgefühl. Nichts gegen Feng Shui, die jahrtausende alte asiatische Kunst, davon den Geldsegen irgendwie einzufangen. Aber der Typ einfach, der ist rich. Der hat einfach ordentlich Drip. Der hat auch wirklich einfach Geld. Und Leute, die Geld haben, jetzt soll man vertrauen, wie man Geld anlegt. Der hat einfach so viel Geld, der kann sein Geld einfach essen. Der sagt einfach, weißt du was, was gibt es heute zu essen? Geld. Genau wie gestern. Was gab es gestern zu essen? Geld. Und was essen wir morgen? Geld. Ich schiebe es mir rein. Ja, okay. Aber ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, man muss es auch noch aktivieren. Um deine Wirkung voll entfalten zu können, muss er aktiviert werden. Chinesische Münzen können in seinem Maul platziert werden und die Schriftzeichen von oben zu sehen sind. Alternativ, also falls ihr darauf keinen Bock habt, dann hat unsere alte jahrtausende alte asiatische Technik auch noch eine Alternative vorgesehen. Alternativ, kann ein Geldfrosch ausgewählt werden, welcher rote Juwelen trägt. Dieser ist bereits aktiviert. Ach, das ist ja gut. Das ist ja praktisch, wenn man direkt einen aktivierten Frosch sich schon holen kann, dann muss man den nicht mal selber aktivieren. Das sagt der Froschhändler des Vertrauens. Wissen Sie, der kostet vielleicht so 200 Euro mehr, aber dafür ist der schon aktiviert. Also da sparen sich die kompletten Aktivierungskosten, dieses ganze, die chinesische Münze und so. Da sparen sich halt, klar, natürlich ist mit den Monatsraten wieder ein bisschen mehr dabei, aber ich glaube, langfristig können sie das Geld auch wieder rausholen. Also überhaupt kein Problem. Vertraut eurem lokalen Froschhändler, der weiß, wovon er redet. Von daher ganz gut. Ich erinnere mich dunkel an eine Phase hier bei Rocket Beans TV, wo es mal einen Masseur gab. Darf ich das on Air sagen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich hab mal gehört, ja, tragt euch in die Liste ein für einen Masseur. Damals hatten wir Geld ohne Ende. Da gab's den Goldbrunnen, da gab's den Schokobrunnen, da gab's diesen einen weißen Tiger hier im Garten. Also das war eine Zeit, das könnt ihr euch gar nicht erinnern, da wurden sämtliche Gartengatter vergoldet. Wir hatten goldene Gartengatter. Alles war vergoldet. Wir wussten nicht, wohin mit dem Geld. Das war damals die Rage of Empires Zeit. Boah, das war noch hier. Da kam Geld rein, Gold rein, ohne Ende. Die ganzen Zuschauergeschenke, alles. Das war, da haben wir so in Luxus geschwägt einfach den ganzen Tag. Und dann gab's tatsächlich einen Masseur. Ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Aber irgendwann war's wirklich, dann kam jemand zu mir so, hey, hier ist die Liste, hier kannst du dich für den Masseur eintragen. Zwei Ecken zurück nochmal, ganz kurz. Ich hab da kein Interesse dran. Obwohl Massage ja eigentlich eine interessante Sache ist, aber zu der ich einfach zu spät gekommen bin. Es hat sich einfach nie etabliert. So Katjana zum Beispiel, die geht regelmäßig zur Massage, glaube ich. Und erzählt dann immer, ah, wie super das ist. Und man ist total entspannt und so. Aber es ist eine von diesen Sachen, wo man irgendwie nicht zu spät anfangen kann. Irgendwie hab ich das Gefühl. Es ist irgendwie merkwürdig dann so beim ersten Mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mich damals einschreiben müssen. Vielleicht wäre ich ein anderer Mensch geworden. Stellt euch mich vor, und ich krieg einmal in der Woche eine Massage. Wir hätten nicht die ganzen Creepjack-Debakel. Die Vanille-Kerzen-Branche liege in Trümmern, wenn ich mir nicht jede Woche eine neue kaufen müsste. Ich wäre ein komplett anderer Mensch. Wahrscheinlich komplett ausgeglichen. Ich säße hier und sag, Leute, schreibt mal in den Chat was rein. Was habt ihr so? Was macht ihr am Wochenende? Habt ihr Probleme? Oh, hier ist ein Bild von einem Pudel. Der ist ja flauschig. Ah, guck mal, Kleingeld. Ja, das ist auch witzig, ne? Wie sich das immer ansammelt. Man bringt es ja dann doch nicht weg. Naja. Vielleicht wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Man müsste jetzt einfach so einen gewagten kleinen Blick in eine andere Paralleldimension werfen, in der Florentin einfach jede Woche eine Massage bekommt. Wer weiß. Vielleicht ist einfach die ganze Welt perfekt irgendwie. Keine Ahnung. Kylie Minogue ist Präsidentin der Vereinigten Staaten. Irgendwie alles ist perfekt. Wir hätten die Pandemie nicht. Alles ist da. Wer weiß. Ich weiß es nicht hundertprozentig. My first four anime crushes. Von Buffy Nater. Four anime crushes. Ich kenne keine einzige davon, ehrlich gesagt. Das ist so, wenn Leute mit ihrer Freundin auf der Party erscheinen und ich so, wer ist diese Person? Die sind seit acht Jahren zusammen. Ah ja. Ah ja, klar. Liesel. Manuilo. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Man weiß auch nicht, wer das ist. Das ist wahrscheinlich, also die ist orange. Die haben doch alle so Planetennamen, ne? Sailor Venus, Sailor Mars. Ja, dann wird orange Sailor Mars sein, oder? Sailor Mars. Gibt's da eigentlich mal einen Crossover zwischen Sailor Mars und Bruno Mars? Hat der mal überlegt, so einen Sailor Moon Spin-off zu machen? Mit Bruno Venus und Bruno Erde oder sowas? Irgendwas in der Richtung? Gibt's da so einen Crossover, wo die Sailor Moons kämpfen gegen die Bruno Moons? Warum denn nicht, Leute? Das schreibt sich von allein. Mein Gott, ey. Ich glaub, mein ... Also, ich bin nicht so ganz ... Tatsächlich, mein Anime-Crush ist ein bisschen peinlich und strafrechtlich relevant einfach. Mein ... Ich weiß gar nicht, ob das als Anime zählt. Wahrscheinlich nicht. Aber sag ich mal, Zeichentrick-Crush war immer Buttercup von Powerpuff Girls. Ich weiß, es ist ein fünfjähriges Mädchen. Ich weiß. Aber es ist ... Ich fand die niedlich. Buttercup war die Grüne, oder? Ich hoffe, das stimmt jetzt. Buttercup ist die Grüne. Und Misty aus Pokémon natürlich ist ja klar. Aber gut, das muss man eh nicht erwähnen. Aber wer das ist, keine Ahnung. Ah, das ist die, glaub ich, aus ... Äh, aus ... Ah, nee, das ist ... Was ist das? Star Wars? Star Trek? Keine Ahnung. Ist das Gandalf? Ich hab keine Ahnung. Wirklich, ich kenn mich nicht gut aus mit eurer Nerdkultur. Da sagt mir gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Was ist das mysteriöse dunkle Ding hinter dir, neben dem Regal meistens von der Hälfte des Korps verdeckt? Ja, das gehört mittlerweile auch zur Tradition. Das ist ein Bild von einem Server. Das wurde mir von einem Freund von mir geschenkt, der das als Bachelorarbeit in seinem Fotos-Design-Studium gemacht hat. Vielleicht muss ich da so einen Zettel hinhängen, so eine Einblendung. So wie bei Dauerwerbesendung, dass ich einfach sage, dieses Bild hinter mir ist ein Server, das ein Freund für mich geschenkt hat. Das kommt jede Woche. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich meine, es ist genauso wie bei den Simpsons-Machern, die einfach jeden Tag seit 40 Jahren den Brief kriegen, warum sind die Simpsons gelb? So. Das haben die schon hundertmal beantwortet, aber die kriegen es jeden Tag gestellt. Aber was soll man machen? So, es ist halt einfach so. Das gehört dazu. Jeder denkt, irgendwie in der Öffentlichkeit zu arbeiten sei Ruhm und Ehre und ja gut, ich kriege die Statuen und ja gut, ich kriege mein Lachsbrötchen geschenkt hier und da an der Seite. Ja, mein Gott, gestehe ich ein. Ja. Aber eigentlich ist damit eher verbunden, dass man jeden Tag die fucking selbe Frage gestellt bekommt. Jeden Tag. Immer. Jeden Tag. So, du bist Brad Pitt, denkst dir, okay, krass, ich bin der krasse Typ, aber im Endeffekt besteht dein Leben daraus, dass du jeden Tag die Frage gestellt bekommst, ja, wie Tyler Durden war jetzt die ganze Zeit der andere oder was? Wie geht das denn? Aber warum konnten die dann? Nee, nee, nee. Und du denkst, ey, Leute, ey, komm. Was ist? Dafür bin ich berühmt geworden. Am Ende ist es einfach, jeden Tag dieselbe Frage gestellt bekommen. Egal, was man ist.